Ja, 4 hoch müsste das reichen. So, nächster Schritt. Wir brauchen Türen. Hier sollten dann eigentlich Zahnräder hin. Hier sollten Eistationen hin. Hier Verstärkermasten und hier Wachstationen. Ja, der einzige Platz, wo ich noch Stockpiles hinpacken kann, ist hier. So, ich gebe mal den Steinen und dem Tunnel höhere Priorität als dem Eisen und dem Schwefel. Weil davon haben wir jetzt gerade noch recht viel eingelagert. Und ich glaube, da sind wieder Coop Trons aus dem Boden gekrochen. Ach ja, und der Bauauftrag, der sollte natürlich auch Max Priorität haben. Da kommt jetzt ein etwas größerer Angriff. Und ich glaube, da sind die Zahnräder hin. Du ziehst sie mal zurück, dass er hier mit anderen angreift. Oh, sie greifen da drüben auch ran. Und klauen mir meinen Kristall, das ist nicht gut. Okay, das heißt, ich brauche einen neuen Eroberer. Was jetzt nicht so das Problem sein dürfte. Wir kriegen auf jeden Fall schon mal schneller. Und der Eroberer wird gleich platziert, bitte. Dann machen wir hier eine kleine Mauer drum herum. So, drei hoch dürfte reichen. Okay. So, dann machen wir hier eine kleine Mauer. Okay. Und da sind wir gerade mal dran. So, jetzt machen wir hier. So, wir brauchen die Mauer. Und da machen wir hier. Und da machen wir hier. Machen hier auch eine verstärkte Tür hin. Und wir haben den Punkt wieder erobert. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen wieder schneller Bricktrance. Ja, die erste Umrundung ist bald fertig zum Glück. Und ja, ich bräuchte am besten zwei Wächter wenigstens an dem Kristall dauerhaft. Jedenfalls im Augenblick, bis ich eine Verteidigung drumherum hochgezogen habe. Ich will ja nichts sagen, aber ihr könntet erst einmal den Turm da fertig machen. Ist aber wahrscheinlich zu viel verlangt. Oh, der will hier bauen. Und ja, wenn ich halt den anderen Stationen dann Verteidigung einrichte. Ah, nebenbei. Ach, er ist so klug und benutzt schon mal die Tür, weil das schneller geht. Oh, sie nehmen jetzt auch da drüben ein. Das ist nicht so gut. Ich sollte doch jetzt schon Wächter einstellen. Wir sollten gucken, dass wir den Punkt da so schnell wie möglich wieder befreien. Aber ich glaube, je mehr Punkte die auch haben, desto schneller spawnen sie. Und desto schneller spawnen sie stärkere. Deswegen sollte ich mir nicht so viel Zeit damit lassen. denen die Punkte wieder wegzunehmen. Jedenfalls jetzt am Anfang sollte ich sie nicht zu viele Punkte erobern lassen. Das sind doch ein paar Fehler mehr als ich dachte. Okay. Kurde. Okay. Okay. Das war's für heute. okay wir haben sie zurückgeschlagen fürs erste wäre wirklich schön wäre jetzt das hier die dann alles zu uns gehen würde die ganze energie teil geht auf jeden fall zu uns das ist ein großer das ist nicht so gut der machte abflug so jetzt dürfen wir aber in den stein wegnehmen können ja gut ne das ist blödsinn so ihr zurück so unser toter wird gleich respawn das heißt noch ein schmiedeset und zehn neue eisenparen und wir haben jetzt gerade ein bisschen luft so eine geräte werkstatt und labor ich muss nämlich gucken dass ich diese brücke springe ich brauche holz und fürs labor brauche ich noch mehr glas wir haben für gras bei euch erst mal stein hier ist der stein schon wieder alle habe ich hier irgendwo in der nähe noch stein ja aber das ist zu nah an den feinden da die steine über jetzt ich jetzt jetzt ich jetzt ich jetzt ich ich jetzt Untertitelung des ZDF, 2020